So, da sind wir bei Saw 2 Flash & Blood. Weiter geht's. Wir springen dieses Mal hier runter. Natürlich in die falsche Richtung, aber egal. Klopapier kann mir eigentlich nicht wirklich gefährlich werden. Sollte mir eigentlich nicht wirklich gefährlich werden. Ich glaube, ich habe größere Probleme als Klopapier im Moment. Ah, polarisierte Verteilerbox. Okay. Äh, äh, was? Ah, ah, damit. Und dann muss ich... Alles klar, das ist wieder so ein Rätsel. Wo ich dann aber... Mh, nee, so nicht. Wahrscheinlich eher irgendwie... Warte mal. Ach, Mist. Kann ich echt in keine Richtung jetzt drehen? Gehst du so rum? Muss ich das dann hier rumbauen, oder wie? Okay, also... Du so... Ja, doch, passt doch. Yeah! It's open! Ah, sehr gut. Sehr gut, okay. Da ist unsere Poolpumpe. Die wir immer noch in den Aufzug schaffen müssen. Ich habe aber ganz ehrlich... ... mittlerweile den Überblick verloren, wo hier der Aufzug oder irgendwas ist. Ähm... Es ist doch recht schwierig... ...in diesem großen Areal die Übersicht zu behalten, finde ich. Deswegen... Oh, kommen wir in der Zornschluss wieder mal. Denkt dran, wir müssen auch noch die eine in dieser Glasbox retten. Ja, das ist immer noch nicht... Oh, shit! Ah! Zieh dich hoch! Die eine in der Glasbox, die ist ja auch noch... ...die über diesem Elektroteich schwimmt. Elektroteich... ...ist auch ein super Wort. Ähm... ...das kommt auch alles noch. Ähm... ...ich muss aber erst mal da hinkommen, irgendwie. Ah, was haben wir hier feines? Eine Verlackte. Mehr Futter für euch. Fuck! Alles, was ich gesehen habe. Äh... Okay. Oh, oh, das sieht nicht gesund aus, was hier passiert ist. Muss ich... Was zum Teufel muss ich denn hier machen? Oh, hier sind noch meine Matratzen. Junge, 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 ist das dunkel. Ähm... Sieht aus, wenn hier drauf einer gestorben wäre. Da lag ein Penis drauf. Hm. Wie kommt der denn da hin? Axt, Schlinge, Säge. Axt, Schlinge, Säge. Ja, ich sehe, was es ist. Oder Säge, Schlinge, Axt, so rum. Säge, Schlinge, Axt. Oh, what the fuck? Naja, da ist das Logo von den Entwicklern. Zombie. Ähm... Säge, Schlinge, Axt. No shit, Sherlock. Da muss echt ein Sherlock sein, um da drauf zu kommen, was... Was? Säge, Schlinge, Axt. Okay, warte mal. Hier ging es irgendwo doch raus wieder. Was ist das, wo der... Komme ich da überhaupt noch zurück? Ja, gut. Sägeschlinge, Axt, verdammte Scheiße, was? Ähm... Irgendwo muss ein Hinweis drauf liegen, auf jeden Fall. Was mit diesen kryptischen Symbolen mal wieder gemeint ist. Okay, also hier ist nichts. Es muss irgendwas in dem Raum sein. Irgendwas ist in dem Raum, was mir Auskunft darüber geben wird, hoffentlich. Ich werde es bedrohen, dass es mir Auskunft gibt. Hm. Leute, ich bin gerade leicht überfragt. Vielleicht ist jemand schlauer als ich, aber ich steige momentan nicht wirklich dahinter, was es mir mit diesen drei Symbolen sagen will. Hier ist überall Blut oder irgendwie, keine Ahnung, ein Typ, der am Bett gestorben ist. Hier ist eine Blutlache oder, keine Ahnung, Katzenpisse, irgendwas, was leuchtet. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Oder habe ich hier irgendwas vergessen? Säge, Schlinge, Axt. Hm. Säge, Schlinge, Axt. No shit. No shit. Was haben wir denn hier? Ach, Säge, Schlinge, Axt. Wer ist mit einer Säge gestorben? Ja, jetzt verstehe ich die Sache. Da stehen Zahlen neben drauf. Da stehen Zahlen neben diesen leuchtenden Dingern. Der hier ist zum Beispiel Säge. Das ist Nummer, ja, da ist die Säge Axt. Im Wandschrank wahrscheinlich aufgehangen. Oder so. Das ist jetzt halt blöd, wie kann man, wie kann man, wie liegt da eine Schlinge irgendwie daneben oder was? Naja, nicht so wirklich, ja. Hier ist er noch rumgelatscht. Schlinge, ich suche eine Schlinge. Irgendwie was an der Wand vielleicht oder so. Hier, ah, hier haben wir es doch. Acht, eins und Axt. Was hat der denn daneben? Was hat das irgendwie? Axtform, ne, Spritze. Spritze war da. Hier könnte irgendwas für eine Axt sein. Hier ist es ziemlich blutig gewesen in dem Eck. Oh, Leute, Leute, Leute. Das ist aber auch ein Rätsel, da muss man erstmal drauf kommen. Mal ganz ehrlich. Was ist für das? Guck mal, hier fehlt ein Arm. Das könnte eine Axt sein hier irgendwie, oder? Oh, da fehlt ihm nicht die Hand. Ich dachte, hier fehlt ihm die Hand. Was ist das hier? Seht ihr irgendwo ein Axtmord? Ich sehe bei weitem keinen Axtmord hier. Hier liegt einer, dass es irgendwie sein Schädel ist, leicht pulverisiert. Liegt aber auch keine Waffe daneben. Doch, hier ist die Axt. Die 5815. Ladies and Gentlemen. Nach langem hin und her sollte das der Code sein. Oh, fuck. Da, das war ein cooles Rätsel, aber... Oioi, oioi. Musste ich mich gerade echt ein bisschen anstrengen. Yes, yes, yes. Das ist der richtige Code. Okay. Ein kleines Erfolgserlebnis. Sehr schön. Dann schieben wir mal... Das ist ein Sklaven-Song. Ja, gibt Stoff-Tab. Und dann schauen wir mal, ob wir es noch dieses Mal zu der netten da... Ah, hier ist der Aufzug. Hier ist der Aufzug. Dann sollten wir es doch noch zu ihr schaffen. Ja, warum lässt er sie denn los? Okay, ich darf doch wohl mit hochfahren, oder? Na ja, wenigstens das... Rasselteil? Hm. Hat nichts zu heißen, glaube ich. Und jetzt muss ich, soweit ich weiß, das Ding einfach nur geradeaus reinschieben in den anderen Raum. Ja, genau da. Geht aber irgendwie nicht. Kann ich nicht drehen. Meier dreht sich sehr gut. Ja, sehr schön. Rein mit dem Ding. Zack. Damit wäre das Pool-Pumpen-Rätsel... ...sehr gut gelöst. Jetzt, um ihn zu töten zu töten. Okay. Das ist das, was zwischen dir und ihr und ihr ist 100.000 Volt. Du solltest einen Weg finden, um die Kraft zu verbrechen. Oh, das ist auch noch. Ja, geht's cool. Ich versuche es! Just... Halt auf, okay? Ja, ohne Witz. Raff dich. Raff dich. Oh, frech werden bei der. Ich lasse dich gleich noch drin. Hey, Mann, die geht mir voll auf den Sack. Ja, ähm... ...Sandalang. Durchkriechen. Vertrauenswürdiges Loch in der Wand erkunden muss. Ich dachte, du kriegst einfach nur gegen die Wand. Duck! Stürmen gegen die Wand. Game over. Oh. Oh, scheiße. Das tat bestimmt weh. Was haben wir denn hier? Das ist der Aufzug. Sieht aus wie der Aufzug. Mit dem ich gerade... ...haut runtergefahren bin. Der gerade hochfährt. Na super. Was soll ich da wirklich durch? Na gut, okay, warum nicht? Kann nicht schaden. Neben einer offenen Stromquelle durchzulaufen. Quatsch. Was soll denn da passieren? Oh. What? Oh, diese Penner. Dieser Penner. Da rette ich ihn und dann so eine Scheiße. Junge, Junge, Junge. Der kriegt die Krücke aber so tief rein. Ja, was ich gemerkt habe. Die Zwischensequenzen sind unglaublich leise. Und dann ingame ist es aber eigentlich ganz okay. Also ich weiß nicht. Das ist eine ganz komische Abstimmung. Sorry, dass in Zwischensequenzen immer so leise ist. Aber die kann man nicht separat anheben. Hehehe. Crap. Deswegen müssen wir leider damit leben. Aber Untertitel gibt es ja auch. Von dem her, das sollten wir hinkriegen. Selbstgebauter Dietrich. Gut. Ich wollte aber einen selbstgebauten Hans, lieber. Mann, oh. Nie kriege ich das, was ich will. Oh, shit. Nein, dieses Mal auch nicht. Strom abschalten, heißt die Devise. Wo kann ich den Strom ausmachen? Oh, ein Basie. Ja, den probiere ich zu holen. Komm. Da muss ich die Dinger drehen. Oh, fuck. Voll verkackt. Das ist weit gedreht. So. Oh ja, das ist süß. Das ist süß. Ja. Dankeschön. Jetzt habe ich einen Schläger. Cool. Dann gucken wir mal, wo wir hier irgendeinen Schalter finden, um den Strom abzudrehen, damit wir die kommen wieder zu einem Schloss. Gut, dann gehen wir mal da lang. Was haben wir hier jetzt wieder? Für einen extrem dunklen... Oh, was ist das denn? Oh, ich glaube, ich weiß. Oh, shit. Was? Oh nein, Mannequins, alter. Oh, ich finde die Teile so creepy. Oh Gott, auch noch so viele. Ja, ich muss hier irgendwie die richtige Position finden, um da drauf zu schauen, wie das aussieht. Das ist so ein komplettes Bild, das über alles gemalt ist. Hier zum Beispiel. Muss ich mal gucken, kann ich das irgendwie in eine Linie bringen mit irgendwas hier. Dass es noch was aussieht. Irgendwie nicht so. Ich muss hier noch irgendwas vorab machen. Verschieben. Okay. Ach, guck mal, guck mal hier. Ich glaube, die stehen schon richtig so. Die stehen, glaube ich, schon richtig so. Ich muss nur irgendwie... Nichts. Gut. Dann halt nicht. Ich muss nur irgendwie eine richtige Position finden. Ja, geh weg, du Creepy Vieh. Um da rauf schauen zu können. Um dann sagen zu können, Jupp. Das muss ich auch vorab erstmal alles anstrahlen, natürlich. So. Jetzt kommt schon. Sollte man doch irgendwie was sehen können, vielleicht. Ähm. Boah, ey. Siehst du gar nichts, Mann. Was ist das denn für ein Rotz? Sorry, ich sehe da irgendwie gar nichts. Ich krieg die irgendwie nicht so übereinander geleint, dass es noch was aussieht. Das könnte... Ne, acht könnte das sein, zum Beispiel. Irgendwie eine acht, da lädt die letzte Zahl, aber der Rest... Was weiß ich denn? Was könnte das für ein Zahlencode sein? Ich glaube, den zu lösen, probieren wir beim nächsten Mal. Da habe ich jetzt echt keinen Kopf mehr für. Gucken wir mal, dass wir den rauskriegen. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.